Hoher Besuch im Wallfahrtsort Maria Vesper-Bild. Kurien-Erzbischof Guido Pozzo war der Einladung von Wallfahrtsdirektor Prelat Wilhelm Imkamp gefolgt und predigte in der bis auf den letzten Platz gefüllten Wallfahrtskirche. In seiner Predigt ging Erzbischof Pozzo auch auf die Frage ein, inwieweit der Zeitgeist kirchliche Entscheidungen prägen dürfe. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Wir alle haben auch irgendwie an Pfingsten Geburtstag, weil wir die Wirkung des Heiligen Geistes spüren. Und der Heilige Geist ist nicht der Zeitgeist. Wir dürfen nicht die Botschaft der Kirche vergessen, um uns der Zeit anzupassen. Zeitgeist und Heiliger Geist, das geht nicht zusammen. Im Anschluss an den Gottesdienst machten sich die Gläubigen auf den Weg. Auf den Weg über den Schlossberg hin zur Mariengrotte. Jedes Jahr kommen tausende Gläubige nach Maria Vesper Bild, um ein Teil dieser Prozession zu sein. Es ist ein Pfingstausflug der besonderen Art, der die Menschen spüren lässt, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Es ist super schön und auch erfrischend, herzerfrischend. Das ist einfach eine Ehre Gottes. Das ist eine schöne Sache. Es ist ja wunderbar, kann man sowas nicht auslassen. Wir sind ziemlich am Schluss gelaufen, aber es ist immer recht besinnlich. Also ich bin da immer ein bisschen in mir. Ich wohne hier in der Nähe und ich bin schon seit klein auf hier dabei und mir gibt es immer viel Kraft und es ist ein schöner Moment. An der Fatima-Grotte entzündeten viele Menschen Kerzen, um Hilfe von der Gottesmutter Maria zu erbitten. Prelat Imkamp sprach gemeinsam mit den Gläubigen Fürbitten. Die Freude an der Lichterprozession hat er sich auch nach vielen Jahren als Wallfahrtsdirektor bewahrt. Routine kenne ich in meinem Job eigentlich nicht und dies Jahr war es natürlich besonders angenehm, weil ich wusste, es kommt ein guter Freund aus Rom, mit dem wir schon viel, seit Studentenzeiten viel erlebt haben, sodass ich ganz relaxed war. Manchmal, wenn es etwas anders, andere Gäste, bin ich schon etwas angespannter, aber Routine ist nie. Nach dem Abschluss der Wallfahrt segnete Erzbischof Pozzo noch alle anwesenden Gläubigen. Und dann ging es zurück zur Wallfahrtskirche, denn natürlich stand auch in diesem Jahr die Mutter Gottes im Mittelpunkt.